Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX Analyse für nun Donnerstag, den 24.6.2021 und unser DAX muss ein bisschen aufpassen, der steht auf dünnem Eis mit schwerem Gefährt und es könnte durchaus zum Donnerstag ein bisschen rutsiger werden, also muss ein bisschen aufpassen. Wir haben über ein paar Sachen gesprochen, zum einen über den sehr stabilen Dienstag, dass der Mittwoch gegebenenfalls durchaus oben rauslaufen könne, wenn er denn hier aus dem Bereich 670-800 durchsteigt. In dem Moment, wo er plus 670-800 antippt und eine rote Stundenkerze runterwirft, hat man gesagt, sollte man aufpassen, weil der Montag, wenn er unten raus will, dann muss er von Anfang an durchdrücken. Dann haben wir gesagt, er muss richtig konstant durchschieben, das hat er eigentlich getan, also das passt schon durchaus zu einem Montag, was man jetzt hier gesehen hat. Wir haben davon gesprochen, dass er bestimmt, bestimmt hier in den Bereich um 15 nur reinkommt und sich dort richtig sperrt, dass er dort richtig anfängt zu treiben, weil es vermutlich nicht so richtig gepasst hat. Das hat man erkannt, dass er das getan hat, der hat er ordentlich verteidigt davon, aber er hat es auch fallen lassen und das ist schon schwach. Also wir sind auf jeden Fall unter Mittwoch drunter, wir sind, also ne, es war Mittwoch, wir sind auf jeden Fall komplett unter Dienstag drunter, wir sind wieder in der Freitagsrutsche drin, wir haben ein tieferes Hoch ausgebildet und die ganze Zeit immer wieder darüber gesprochen, dass tieferes Hoch steht. Wir hatten gestern gesagt, es wäre egal, wenn hier auch ein höheres kurz knapp drüber kommt über das und er drückt sich nach unten, wäre das ein tieferes. Das heißt, per Definition wäre jetzt wieder ein tieferes Tief dran. So, das heißt, tieferes Tief bedeutet da drunter. Nur rein aus der technischen Definition von dem, was wir jetzt hier haben. Und das macht uns an DAX schon anfällig, ja, so dass man aus der Perspektive, wir können eigentlich sagen, sobald das Bollinger-Band jetzt da unten wieder ausgelutscht wird oder aufgedreht wird, dann kann nochmal sowas kommen wie am Freitag halt, nochmal so ein Nachwehr einfach. Meist ist es dann exakt in der gleichen Ausprägung wie hier, dass er nochmal die gleiche Strecke macht. Er würde dann wahrscheinlich wieder auf diesen Channel aufsetzen, ja, so dass es keinen Sinn mehr macht, diesen Trigger hier liegen zu lassen. Ich würde ihn vielleicht sogar nun ein bisschen nach oben ziehen. Wir wussten es übrigens ein bisschen allergisch bedingt. Das ist nicht kein Corona, keine Angst. Das habe ich die letzten Jahre immer mal gehabt, wieder, weiß auch nicht warum, woher das immer kommt. Es kommt immer abends. Schon die letzten Jahre gehabt, sind wir im Sommerurlaub weggenommen, weggegangen. Und seitdem wir nun hier auf Zypern, ja, unser Domizil aufgeschlagen haben, weiß ich nicht. Fehlt irgendwie was. Oder ist das Klima? Keine Ahnung. Egal. Braucht euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Ist nichts Wildes. Ich würde den Trigger hier ranlegen. Ich würde so im Bereich um 4,25 legen. Also sollte dann drunter durchschlüpfen, dann geht er nochmal wahrscheinlich hier drauf halt. Also schon. Zum Donnerstag ganz klar, was haben wir immer wieder Donnerstags jetzt gesehen die letzten Wochen? Wir haben immer ganz oft immer wieder neue Tiefs gesehen. Wir haben ganz oft eine Umkehr gesehen, die dann hoch ging. Richtig hoch. Richtig, richtig hoch. Wie fing die immer wieder an? Starke grüne Stundenkerze. Immer. Das heißt, wenn der anfängt nach unten zu treiben und der kontert plötzlich gegen. Ich glaube, ich würde dann erst mal einen Short zurückstellen. Wenn er die grüne Kerze dann trotzdem wieder auskontert und eine rote daneben stellt, dann kann man ihn wieder reinnehmen in den Short. Aber wenn er anfängt, sich nach oben wieder anzukontern, ich glaube, ich würde es halt nicht drauf anlegen wollen halt. Im Zweifel rennt er sich wieder nach oben rein. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn er hier aus dem Bereich jetzt irgendwo anfängt, nach oben zu drehen, dann wird er wahrscheinlich auch nicht bloß bis hierher kommen, sondern dann geht es wieder bis rein in die 600. Vielleicht sogar bis zur 700 hoch. Umso höher er anfängt, umso höher kommt er wahrscheinlich. Das heißt, sollte er von früher an zum Beispiel gleich nach oben hochkontakt, bloß kurz die 4,24 oder so antippen, direkt nach oben hauen. Dann hätte er 700 als direktes Ziel. Ja, also oben muss man muss man sehr, sehr feinfühlig agieren jetzt. Ich würde schon sagen, alles, was über 5, was ist denn das da? 5,65 hier so, ne, dieses Gemäre hier. Da drüber, vielleicht das mittlere Band, 5,75, 5,80, da irgendwie drüber, 600. Alles, was da drüber geht, das wäre für mich zu buddisch. Das wäre für mich Richtung 700. Ne, wäre für mich dann auch kurzfristig long. Ja, alles, was da drüber geht. Aber alles, was hier unten passiert, dem gebe ich leider. Der kann meinetwegen auch richtig frei drehen. Der muss auch nicht kurz auf dem Channel, ne. Wir haben immer wieder die Keilauflösung gesprochen. Ihr wisst, wo die Ziele liegen. Ja, er kann auch mal überraschen, kann auch mal ein bisschen mehr bringen. Donnerstag ist ja immer die Tage mit der meisten Bewegung. Da kann auch mal mehr kommen, wie an einem Freitag oder an einem Montag gekommen ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, das Bild hier, das ist nicht ganz, nicht ganz, äh, ja, das ist nicht von irgendwo her. Ähm, das, das kommt schon, da geht da schon deutlich in die Richtung. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn der anfängt zu übertreiben, muss man ein bisschen aufpassen. Aber man muss im Hinterkopf haben, dieses ausgekonntere halt, ne, was er immer wieder die letzten Donnerstage gemacht hatte. Und ich würde da einfach, ich würde es nicht drauf anlegen, halt. Ich würde einen kurzen, einen kurzen ziehen, mich einen kurzen Kopf einfach runternehmen. Wenn der anfängt, nach oben los zu blasen, naja, dann haue ich da nicht noch massiv short rein. Dann warte ich, bis er wieder nach unten auskontert. Ja, da, ich würde mich da nicht gegen die grünen Kerzen dann reinstellen. Nicht zum Donnerstag. Dafür hat er zu oft, zu oft die letzten Wochen immer wieder richtig überrascht dann auf der Oberseite. Die Leute richtig überrascht. Aber, 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 es riecht schwach. Er zeigt sich schwach. Er macht jetzt seit Tagen, was wir wollen. Und wir, ja, wie soll ich das sagen? Wir reden hier die ganze Zeit eher von bärischen Sinn nachher, ne, mit Short-Trigger, wenn der da unten auflöst und so weiter. Das hat er alles bedient. Er hat die letzten Analysen seltenstens die oberen Sachen, ähm, angetrickert. Außer jetzt vielleicht Montag. Aber Montag ist er auch bloß auf den Rücklauf gegangen. Erinnert euch mal, was haben wir denn gesagt hier am Freitag? Am Freitag haben wir gesagt, runter auf die 3,50. Kommen die grüne Stundenkerzen, geht's bis 5,10, 6,25. Und das ist dann Short-Marke. Das ist dann Short-Marke, weil die Käufer, die hier oben gekauft haben, gegebenenfalls ihre Position wegstoßen, wenn sie denn keinen Bock mehr drauf haben. Und das haben sie gezeigt. Die sind da raus. Ja. Das heißt nur nicht, dass die nicht hier vielleicht 500 Punkte weiter unten jetzt wieder einsteigen, weil sie sagen, ha, lecker. Danke. Aber es riecht momentan schwach. Das muss man schon sagen. Es ist, auch das Abkippen zum Mittwoch, der hat schon eine Vorlage nach oben. Im Tagesschart mit den grünen Katzen, mit dem Konter von Montag, die Stabilisierung zum Dienstag, der hätte doch mit Leichtigkeit, hätte er zum Mittwoch eine lange grüne Kerze setzen können. Hat er aber nicht. Ist unter dem Rücklaufbereich geblieben. Und von daher, also ich habe hier schon seit zwei, drei Tagen sogar schon jetzt bei Tradingview, muss ich immer angeben, ob Rot, Grün oder Gelb. Schon seit drei Tagen hier auf Rot. Und bisher bestätigt er das. Da gibt es sich sehr, sehr, sehr viel Mühe, die Shorts nicht mitzunehmen. Also das sieht man, das sieht man, so Punkte, wo man sagt, naja, das ist so klassisch, klassisches Trading Setup an der Stelle Short. Da sieht man, dass er dann immer wieder in die Shops reinrennt halt. Also der gibt sich sehr Mühe, die Leute irgendwie ein bisschen rauszudrücken. Ja, aber er fällt. Er fällt. Stück für Stück fällt er. Und von daher, lassen wir mal noch ein bisschen machen. Ihr nehmt das mal ein bisschen mit auf. Kriegen wir in dem Bereich hier eine Öffnung nach unten. Sind Übertreibungspotenziale da? Ganz klar. Die 424 kann richtig schön nach oben reagieren. Wenn dort grüne Stundenkerzen kommen, ähnlich wie das die 3,50 gemacht hat, ne, kommt dort grüne Stundenkerzen und er drückt sich nach oben. Kann er bis 6, was haben wir gesagt, 5,60, ne, was haben wir gesagt, 5,80, ne, also hier der Bereich 5,60, 5,80 und auch 15.700 hoch. Ja, wenn er sich hier richtig grün rein stellt. Aber stellt er sich nicht grün rein. Spielt er, spielt er toter Mann. Spielt er toter Mann und legt sich unten raus. Dann lasst es laufen, weil fallende Hochs und das Pendant wäre das Fall, oder das, was dann folgen würde, wäre das fallende Tief. Das heißt, tieferes Tief als hier. Ne, von daher, hier wirklich ein bisschen aufpassen. So was geht dann auch schnell. Ne, das kann ja schnell gehen. Da kann er gut Fahrt aufnehmen. Und da können auch positive Nachrichten dazu kommen, wo man dann sagt, oh Gott, jetzt schreibt er aber. Oh, das ist ja jetzt gut. Ne, dann gehe ich vielleicht lieber aus dem Shot raus. Ne, 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 in solchen Momenten sollte man nicht auf Nachrichten gucken. Ne, das ist oft dann irreführend. Gut. Also, ihr kennt die Bereiche. Ihr habt ein bisschen gehört, wie der Donnerstag sich im Normalfall verhält. Wie immer weiß ich nicht, was kommt. Es geht nicht darum, zu wissen, was kommt. Es geht darum, zu gucken, was macht er, was macht er häufig in solchen Situationen und dann einfach mitzugehen. Erinnert euch an gestern, was haben wir gesagt? Wenn ihr hier oben die roten Stundenkerzen gebt, dann geht halt mit. Ne, also in diesem Sinne, guckt ein bisschen, Augen auf und ihr unten ein bisschen vorsichtig mit dem Shot Trigger, ein bisschen vorsichtig sein, ne, weil die 424, die kann ich schön nach unten, als wenn da eine grüne Stundenkerze stellt. Das würde mich nicht wundern und erstmal versucht, nach oben anzuziehen. Und das muss er dann erst auskondern. Wenn er das ausgekondert kriegt, dann ist er richtig schwach oder er zimmert halt komplett durch, aber dafür gibt er sich zu viel Mühe, die Shorts wegzuhalten. Der wird wahrscheinlich hier eine grüne stellen. Das glaube ich. Also, wäre jetzt meine Erwartung. Von mir grüne bis vielleicht rein in die 560 und dann nochmal versuchen, zum Nachmittag unten raus. Das könnte ich mir gut vorstellen. Freitag dann richtig lang ziehen, wie letzte Woche. Ne, aber gut. Okay. Ihr habt es mitgenommen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir können nur bestimmte Szenarien durchsprechen. Einfach Sachen, die der DAX immer wieder macht, die sich immer wieder wiederholen. Und wenn wir dann sehen, dass er genau das macht, was wir gerade besprochen haben, was er immer an so einer Stelle macht, dann holen wir uns dort die Punkte. Dann gehen wir eben mit. Freunde, aus. Bis morgen und viel Erfolg. Tschö. 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 Tschö.